Schau mal, was ist das? Rote Zahnseide? Ein Tanga! Simona, vor drei Wochen warst du noch mit Francesco zusammen. Süß, wie soll ich mich an einen Typen erinnern, mit dem ich vor drei Wochen zusammen war? Und Sören, war auch ein Freund von dir? Nein, das war ein Freistelltisch von Ikea. Er hat den Hochzeitstag nicht vergessen. Er wollte jetzt nur nicht so zeigen von dir. Ich kenne doch meine Paul. Ich wette um eine Flasche Shampoos, dass er ihn vergessen hat. Herzlichen Glückwunsch zum Hochzeitstag. Bitte, wir hatten heute Hochzeits... Perli! Alles, alles, alles Liebe zu unserem Hochzeitstag. Danke, Spatzi. So, das hätten wir auf das Fremdgehen, Perli. Auf das Fremdgehen, Spatzi. Ein beidseitig ausgemachter Seitensprung mit Zeitlimit. Bitte, wie soll das funktionieren? Wie stellt ihr euch das vor? Jetzt sag nicht, du bist bei Leifleck. Jetzt sag nicht, du bist Jennifer Lutner. Jetzt betrügen wir uns richtig. Na, endlich! Na, endlich! Na, wie wird es ja plötzlich so heiß? Ja. Ich gehe mir Poli aus und dann können wir loslegen. Also, wie soll ich es Ihnen denn machen? Wild und verrückt oder klassisch? Moment, Sie sind Sandy und nicht Mandy? Die Persöns, die mit ihr... Nein, Mandy ist eine Kollegin von mir. Sie können froh sein, dass die nicht gekommen ist. Das ist die totale Schlampe. Die springt mit jedem Kunden in die Kiste. Fiederlich! Spiel! Satz! Sieg! Go! Hellas! Na, prima! Keine Angst, wir fangen an mit einer ganz einfache Stellung. Müssen Sie nehmen, ganz fest in die Hand. Und jetzt Aufschlag. Bei Aufschlag ist wichtig, das Schlagarm, das ist diese hier, hat Hand ganz weit ober... Ah! Untertitelung des ZDF für funk, 2017